Was geht ab Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Machen wir weiter. Ich habe jetzt den ganzen Safe nochmal hochgespielt von einem vorigen Safe-Stand. Dadurch habe ich mehr Kohle. Ich habe auch schon vorpräpariert, hier sind über 100-200 Stück von diesen Repertor-Dingern, damit wir keine Zeit verlieren. Und jetzt sind auch die ganzen Typen da, wo man das kaufen kann. Die Bosse. Deswegen konnte ich die hier kaufen. Ich habe die auch schon drin. Es gibt nur einen kleinen Bug, glaube ich, jedenfalls. Denn, wenn wir die Dinger ja anhatten, für uns zum Kämpfen, blieben wir ja den ganzen Kampf drin. Bis halt, wie gesagt, diese zwei Stunden durch sind. Durch irgendwas. Und dann ist es ja weg. Dann muss ich neue trinken. Deswegen habe ich ja einmal gekauft. Problem ist jetzt hier bei dem DLC, die erste Runde vom Fight mit dem Roboter zählt der Bonus. Beim zweiten nicht, aber der geht nicht weg, der Bonus, so wie ich dachte, sondern der bleibt. Der ist einfach nur Buggy. Oder ist das vielleicht mit Absicht so, aber ich glaube ja nicht. Deswegen wird es wahrscheinlich irgendwann noch ein Patch kommen. Ist jetzt noch nicht. Wo dann wahrscheinlich das die ganze Runde gilt, weil es ist komisch. Oder sogar komplett wegpatchen, je nachdem, ne? Weil es ja nicht sein soll. Naja. Ich würde sagen, Leute, wir sind vollständig, glaube ich, beinahe. Ah, ein bisschen noch nicht. Deswegen reparieren wir. Da sind wirklich 200 Stück drin, ne? Das Ding rasiert richtig. Und deswegen... Fight, fight. Wir müssen nämlich kämpfen, denn wir müssen ja den Charakter stärken. Und das können wir nur hinkriegen, wenn wir höhere Punkte hinkriegen. Das Ding ist, ich weiß gar nicht, wie ich den stärker mache, denn wir haben ja keine höhere Punktzahl. Wie trainiert man? Bis jetzt habe ich keine Möglichkeit, ihn zu trainieren. Das ist auch so ein bisschen ein kleines Problemchen. Wahrscheinlich haben wir noch kein Tutorial frei für das hier. Genau. Ich gucke mal kurz mal hier hin. Genau, das ist immer noch dieselbe Kacke damit. Das wollen wir aber nicht. Ja, bis jetzt sehe ich noch kein weiterer Weg. Ist ja aber auch nicht schlimm. Lassen wir es mal so. Wir kämpfen erst mal. Mal gucken, was passiert, wie gesagt, ne? Oder vielleicht war der Korn. Wir gehen mal kurz ins Labor. Reden mal mit ihm. Vielleicht hilft er ja. Ah ja, das habe ich nicht gefragt. Das spule ich mal kurz vor. Voll vergessen. So, weg damit. Das hat er nicht. Hier ist ja auch nichts, ne? Ganz genau. Bei Henry war ich, glaube ich, auch schon. Also zurück zur Werkstatt. Und dann fighten wir einfach. Scheiß doch. Wir müssen Punkte sammeln. So wie ich das hier sehe, kriegen wir hier... Genau sowas hier. Also müssen wir ihn besiegen. Der hat aber mehr Ausdauer. Deswegen wird es ein bisschen schwer sein, den zu besiegen. Kabelloses Aufladen. Das ist der Perk. Stellt Energie zwischen den Runden her. Boah, ist das geil. Boah, ist das strong. Die Frage ist, wie werde ich denn stärker? Ich kämpfe nochmal mal gegen den hier. Der will, dass ich gegen den hier kämpfe. Ja, komm. Wenn das Spiel das so will, müssen wir. Sogar werden wir verlieren. Oh, wir haben das hier natürlich frei. Ich überlege gerade, was macht er denn? Er hat nur Blocken. 80% von der Stärke ist, den kostet nur einen. Pass auf, wir gehen... Ups. Vielleicht mache ich einen rein für Safety. Hier haben wir keinen. Wie ihr seht, hier unten ist der Bonus. Deswegen ich das auch wollte. Damit habe ich auch fast das Tutorial sogar gewonnen. 50 gegen 100 Punkte. Das war richtig krank. Und jetzt kämpfen wir gegen ihm. Schön ausgerichten. Das Problem ist, wir kommen bald gegen die Seite. Das ist nicht gut für uns. Bis jetzt nicht schlecht, muss ich sagen. Bis jetzt nicht schlecht. Jetzt sind die Buffs weg. Schade eigentlich. Oder es ist ein Buggy, das es nicht anzeigt. Aber ich hoffe, die Buffs sind da. Weil es ist halt scheiße. Na ja. Dann. Ich glaube, wir gehen immer noch Fullhelm. Macht hier, glaube ich, am meisten Sinn. Wir machen aber zweimal Blocken. Oder dreimal. Machen wir dreimal Blocken. Und dann Gibi. Es ist wieder da. Es ist einfach nur sehr spät am Laden. Junge, wir haben gerade was da mal rausgefunden in der Aufnahme. Geil. Weiter jetzt. Vielleicht muss man auch länger warten. Gucken, wie viel wir bekommen haben. Nur deswegen. Crazy. Schöner Block. Schöner Block, Junge. Schade. Sieht gut aus, obwohl er viel stärker ist. Der Bonus ist einfach Killer. Also wirklich sehr, sehr stärker Killer. Jetzt überlege ich. Ich glaube, ich gehe mal Full of Defense erst mal. Weil es bringt gerade nichts auszuweichen. Wobei einen lasse ich drin. Einen lasse ich drin. Ja. Macht mehr Sinn. Und jetzt dritte lasse ich auch drin, weil die Schläge sind schlechter. Von allem her. Also, weiter. Wunderschön. Come on. Sehr gut, Junge. Die Booster sind so strong. Okay. Jetzt machen wir trotzdem einen Schlag rein. Genau, das ist halt broken, ey. 15 Leben pro Runde. 25 Indie pro Runde. Und Minusverbrauch und Ausweichen. Das ist der Schlechteste, aber trotzdem richtig gut. Die beiden sind so broken, ey. Alter. Rein da. Und Finish. Come on. Oh, nicht gereicht. Wunderschön. Okay, den Bündner haben wir geholt. Nice. Eine Lochkarte. Was ist das? Du kannst du dein Altmetallstück aufwerten. Oh. Nur, dass der Ort, an dem sie hergestellt wurden, zugemacht wurde. Was soll ich dann tun? Öffnen wir ihn wieder? Ein Vorschlag, den du nicht befolgen musst. Wie praktisch. Und können wir das tun? Ich könnte dir die Baupläne besorgen, aber der Wiederaufbau wird nicht einfach sein. Du brauchst drei Arten von Bauteilen. Ich glaube, das ist das, was da drin ist. Metall, Mikrochips und Drähte, um genau zu sein. Klingt, als müsste ich die Anführer der drei Stadtfraktionen besuchen. Schottplatz, Club, Bobos, Farm. Jep. Dann hole ich mir mal die Bauteile. Könnte natürlich auch sein, deswegen war das verbuggt. Ich müsste erst mal das freischalten, aber so rum ist besser. Nicht, dass es wirklich verbuggt ist. Okay, wir müssen die besuchen. Was ist damit überhaupt? Jetzt kann ich mit dir sprechen. So, das ist klar. Alles klar. Haben wir noch irgendwas? Wir können ihn ein bisschen reparieren. Wobei, das macht er ja automatisch. Ich wollte gerade sagen. Gehen wir weiter. Können wir ihn upgraden? Ich glaube nicht, ne? Ist ja noch nicht freigeschaltet. Ne. Boah, ich freue mich schon auf die Dinger hier. Hammer, nice. Richtig gut, ey. Das G macht so Bock, ey. So, gehen wir zuerst zu... Bobo. Da ist er. Wir speichern mal vorher, weil wir wissen ja nicht, ob es irgendwann ein Buggy wird. Deswegen mache ich extra richtig viele neue Saves. Ich brauche Drähte, um meine Fabrik wieder aufzubauen. Du zahlst und du bekommst Drähte. Alter, nicht gilt das einige Aufgaben, die du für uns erledigen kannst. Sag mal, Drähte. Wie viele Leute kann ich da reinhauen? Ich habe keine Ahnung. Ich spam, ich habe ja genug Kohle. Erstmal. Wir machen so, dass wir... Boah, keine Ahnung. Hunderte mal so bezahlen. Wenn wir 100 dräht haben. Deswegen ist das ja bastelt, wenn man ein Endgame-Safe hat anscheinend. Im Vergleich zu Early Game. Haben wir. Hat der noch irgendwas für mich? Nein. Weiter geht's zum Schrottplatz. Auch perfekte Uhrzeit dafür. Richtig gut. Ich brauche jetzt was Metall in der Fabrik. Um eine Fabrik wieder aufzubauen. Wir können dir was verkaufen. Ups. Cool. Jetzt gibt es sogar wieder Arbeit her, obwohl es da ja gesperrt war. Lustig. Kaufen. So, 100 Stück wieder. Kann ich nicht mehr auf einmal kaufen? Nee, ne? Nee, müssen wir spammen, ey. Der Oldschool-Weg. Junge, dann müssen wir uns hier echt so einen Clicker kaufen, ey. Oder einstellen. Hotkey. Extra einmal klicken heißt zehnmal klicken. So, wunderschön. Und zu den Yakuza. Stopp, stopp, stopp. Saven. Da mache ich keine Scherze, Junge. Kein Bock, nochmal alles neu zu spielen. So, wie wir auch Mikrochips gibt, ja? Rede mit meinem Boss im Club. Alles klar. Muss ich sogar extra reingehen. Ja, Elsa, ja. Du bist die wieder am Singen. Wenn du sie bezahlen kannst. Die wir gerne auslagern würden. Okay. Das Ganze, ich habe die Aufgabe nicht mehr zur Verfügung. Oder die Aufgabe, sag ich schon. Die Möglichkeit, das auszuwählen. Das wollte ich sagen. Aber wahrscheinlich kommt das erst, wenn man keine Kohle wirklich hat. Nur dann kommen solche speziellen Aufgaben. Auch interessant. Dann haben wir bestimmt solche Mini-Side-Missions oder so. Oder vielleicht kommen die auch später. Mal gucken. Genau 1000 haben wir nur noch. Und dann wieder zurück. Ah, die gute alte Busfahrtkarte. Wie weit bist du mit dem Sammeln dieser Bauteile? Du hast alle mit eingeregt. Alle wollen viel Geld dafür haben. Oder ich muss furchtbar öde Aufgaben erledigen. Zum Glück ist der Roboter buchstäblich von allen begeistert. Schau zu und staune. Roboter, du musst dir ein Metall hinter den mehreren nutzlosen Jobs abackern. Oh mein Gott. Kann ich sofort anfangen? Siehst du? Wenn er die Kabine betritt, wähle er einen Job aus der Liste. Er arbeitet so lange, bis er seine ganze Energie oder Gesundheit verloren hat. Danach kehrt er zur Ladestation zurück. Aha. Das heißt, ich habe schon einfach gekauft, aber hier kriegt man die Jobs. Okay, mein Fehler. Saving kann ich nicht. Ich muss jetzt mal den Tutorial-Shit machen. Also, wenn ich eine Stunde 15 arbeiten lasse, kriege ich einen wahrscheinlich. Oder pro Stück wie früher. Aber ich habe schon 100 Stück, kauft hier aus Versehen 107. Als Beispiel, ich könnte ja klicken hier hin. Ah, okay, verstehe. Stell die Fabrik her, wenn du alle Bauteile hast. Hol dir die Ressourcen und baue dir die Fabrik. Ja, wie viele brauche ich denn dafür? Muss ich hier hin? Okay. Ich brauche so viel. Ja, okay. Zeit für ein weiteres Tutorial. Yeah. Liest du diese ganze Gestaffel überhaupt? Kommt drauf an. Jetzt würde ich hier mit mir selbst rechnen. Ich fühle mich schon ganz einsam. Übrigens habe ich gegoogelt, wie das mit den Haaren ist. Und? Hört auf, Büroklammern zu reinigen von Haarbürsten zu benutzen, die Tiere. Wie auch immer, Fabrik wiederaufbau. Jede neue Fabrikschufe erfordert eine bestimmte Anzahl von Bauteilen. Oh, ich glaube, wir können das da richtig schnell überspringen mit der Kohle. Konkret brauchst du Drähte, Mikrochubs und Metall. Hol sie dir und ich werde näher für dich noch und dann nochmal später. Du hast alle Bauteile gesammelt. Danke. Ich habe dir nicht gerade will, ich habe eine Tatsache festgestellt. Öffne jetzt die Fabrik. Alles klar. Ganz ruhig. So, du hast die Bauteile. Bereit für den nächsten Schritt. Genau. Klicke auf die markierten Dinge auf dem Bildschirm. Wenn ich nur daran denke, dass ich Arzt hätte werden können, wie meine Oma es wollte. Jetzt bist du ein bekifftes Büroklammer. Oder unterpennt. Du hast es geschafft, du hast es geschafft. Du kennst die wieder. Großartiger Typ, du. Jetzt hast du eine Fabrik der ersten Stufe. Du kannst Sachen herstellen, wenn du die Baupläne dafür hast. Bis zum nächsten Mal. So, stelle eine Lochkarte her. Du hast genug Ressourcen, um eine Lochkarte herzustellen. Trinkst du als sei das eine Frage. Okay. Yo. Das hier ist eine Liste aller Gegenstände, die du anfertigen kannst. Du kannst nur etwas herstellen, wenn deine Fabrikstufe es zulässt. Die Kosten für jeden Gegenstand sind in den Komponenten aufgelistet. Ansonsten klicke einfach auf eine Lochkarte. Bada bing, bada boom. Sie wandern direkt in dein Lager aus. In der Fabrik kannst du nur noch viel mehr herstellen. Okay. Wenn du mit Bauteilen und Bauplänen hast. Lochkarte schalten frei. Lochkarten schalten frei. Ist das vielleicht schlecht übersetzt oder so? Egal. Lochkarten, okay. Spiel deine Karten richtig. Okay, pass auf. Das bedeutet, wir gehen jetzt hier hin. Und dann wahrscheinlich auch, warte. Kann man das hier vielleicht machen? Ne, wahrscheinlich im Match, oder? Oder hier? Ne, muss nur noch prozent im Match sein. Vermute ich jetzt mal. So, Lagerung haben wir natürlich noch nicht mehr so viele. Hier haben wir das drin, verstehe. Das sind unsere, die hier. Das sind unsere, die hier. Wunderschön. Done. Wenn wir nicht so viel Kohle hätten, müssen wir natürlich viel mehr Grinding anstellen. Ist aber auch in Ordnung. Habe ich schon vorher genug gemacht. Ähm. Wir haben noch die ganzen anderen Dinge. Pass auf, was haben wir hier noch? Erhöht die Ausweichchance. Erhöht die Blockchance. Der Ginger wendet ein wenig mehr Energie auf, um zu blocken. Der Ginger wendet eine Menge auf, um auszuweichen. Verursacht mehr Schaden, wenn du gegen die Seile gepresst wirst. Achso, wenn ich gegen die Seile. Aber das ist lustig. Stell zwischen den Runden etwas Haltbarkeit wieder her. Uh. Stell zwischen den Runden ein bisschen Energie her. Reduziert aber den verursachten Schaden. Ah. Der Konter. Hier nicht. Schade, da haben die ein bisschen zu sehr genervt. Schade, schade, schade. So, wir kaufen natürlich alles. Wir haben ja genug. So, werde ich hier das. Dann. Das machen wir alles weg. Saven einmal. Dann. Ja, wir haben nicht mehr so viele. Müssen wir ein bisschen wieder einkaufen gehen bald. Das Gute ist, weil nicht so viel Zeit vergeht. Man muss nicht so viel essen. Das ist richtig gut. Halt, falsche Taste. Haben wir noch den Bonus? Ja, na klar. Keine Zeit vergangen. Geil. Reden. Mal gucken, was passiert. Verlassen. Okay. Wir müssen wahrscheinlich erst mal weiter kämpfen, damit wir die ganzen Dinge freischalten zum Wiederverbessern. Das Ding ist, wie soll ich gegen den eigentlich fighten? Denn ich habe ja keine neuen Moves. Ich bin auch kein Level Up oder so. Ich kann nicht trainieren und gar nichts. Also ich glaube, ich muss da nochmal eine Stufe aufsteigen. Das wird aber sehr, sehr schwer. Ich bin wirklich nur Stufe 1. Oder muss ich trainieren gehen? Irgendwohin? Ich glaube aber nicht. Das macht gar keinen Sinn. Oder wird er hier stärker? Nee, nee, nee. Das ist nur Gewinnen. Glaube ich. Lass mich nochmal kurz alles kontrollieren. Wir gehen gleich nochmal kämpfen. Da kriegen wir wahrscheinlich wieder aufs Maul. Aber egal. Hier haben wir nichts. Nanobots und Verbesserung. Ja, alles klar. Das ist es nicht. Das ist nicht hier viel noch was. Genau. Gucken wir nochmal in die Mikrovelan und ansonsten gib ihm. Wir haben Popcorn. Nice. Das ist es. Wir können Henry hingehen. Warte, wir gehen zu Henry. So, Henry. Wir müssen reden. Scheiße, kein weiterer Film. Das ist schlecht. Greenpopcorn wieder bestechen vielleicht? Nee. Aber vielleicht ein Programm? Gibt es ein neues? Nee, 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 nee. Genau. Wir haben ja das kostenlose bekommen. Die Witze brauche ich nicht. So. Ah, ich habe einen Fehler gemacht. Egal. Saven. Und ich gehe mal kurz mal Silver Fitness Studios zu. In 8 Stunden 55 muss ich trainieren. Wo ist der alte Laden nochmal? Ich bin gerade blind. Wo war das nochmal? Da ist es. Ich will nur gucken, ob man hier auch trainieren muss mit ihm. Ich glaube aber nicht, weil hier trainiere ich mich ja selber. Ich gehe mal hier rein. Den streichen wir mal. Dürfen wir ja nicht vergessen. Du bist jetzt also der Champion, hm? Schmeckt nach Gehirnerschütterung. So, das ist nicht schlecht. Was haben wir hier drin? Etwas zu essen. Okay, okay, okay. Ansonsten gar nichts. Okay, dann zurück. Wir haben jetzt alles geprüft. Dann können wir weitermachen. Fight, fight, fight. Die Frage ist, ich würde gerne gegen den hier kämpfen. Der lässt mich nicht. Ich muss immer gegen den kämpfen, okay. Lochkarten sind also im Grunde genommen Roboter-Kampfstile. Du kannst sehen, dass die Kampfschulen-Steckplätze gerade leer sind. Klick auf einen von ihnen. Das sind alle Lochkarten, die du derzeit besitzt als alle. Sogar das reicht nicht aus. Wähle eine aus, die du zu deinem Vorteilshort hinzufügen willst. Verschiedene Lochkarten geben unterschiedliche Boni. Kombiniere sie für den maximalen Effekt. Was hat er bekommen? Stell zwischen den Runden Haltbarkeit her. Alles klar. Er hat sogar drei Moves. Das ist schlecht. Vollmetallummantelung. Fülle dich, als würdest du dein Jackett aus Vollmetall tragen. Wenn du dich nicht verteidigst, kannst du plötzlich den Schaden der Angriff von deines Gegners blockieren. Alles klar. Kostet ihn gar nichts. Junge. Stärker als stillender Schlag. Beursacht mehr Schadenverwacht, aber mehr Energie. Okay. Pass auf. Wir gehen, glaube ich, erstmal... Wir bleiben so. Wir haben keine Modifikationen. Was mit unserem Buff passiert? Ist der Buggy gerade? Ich hoffe, das wird noch. Ähm, dann. Was nehmen wir jetzt? Auch dasselbe? Oder was haben wir noch? Der Gegner wendet ein wenig mehr Energie auf, um auszuweichen. Tut er ja nicht. Um zu blocken. Der hat ja keine... Der hat null Energie. Also ein bisschen mehr wird nur eins sein. Lohnt sich nicht. Beursacht einen Schaden. Das ist schlecht. Ich weiß ja noch nicht, wie viel Schaden. Müsste man testen. Höhe ich die Blockchance, Ausweichchance. Leben herstellen oder blocken? Theodisch muss ich erstmal das nehmen, weil ich kann ja eh nicht herstellen. Aber das ist ja zwischen den Runden, ne? Genau. Das lohnt sich. Hier geht gar nichts? Okay. Gib ihm. Boah. Boah. Hat er Leben, Alter. Ja, das ist extra für gedacht, wieder auf die Fresse zu kriegen. 100%. Plus 25. Ich seh die Buffs nicht. Das ist schlecht. Äh, wenn ich das jetzt weg tue, was passiert dann? Gar nichts. Nehme ich vielleicht blocken? Hier, er hat ordentlich auf die Fresse gegeben. Ordentlich. Blocken. Ne, ist wieder da. Das ist gut. Der hat kaum Energie. Der ist so all in gegangen, dass er bald keine Energie hat. Ich muss weiter so. Wobei, warte, ne, ne. Wir brauchen, wir brauchen ein Leben. Aber wenn ich sterbe, der hat mir jetzt schon so viel gemacht. Egal. Also, guck mal was. Arm, Junge. Alter, fast full. Ho, ho, ho. Ach, du Scheiße. Schöne Blocks, Junge. Gib ihm. Gut Job. Jetzt hat er keine Energie mehr. Das heißt, er wird Energie verbrauchen. Mit nur einem Schlag hat er dann nichts mehr. Dann gehen wir jetzt auf... Eigentlich können wir so bleiben sogar, lustigerweise. Gib ihm. Wir gehen auf Regeneration und Ausdauer. Wie immer. Unser bester Kampfstil. Auch wie in Colosseum. Auch wie in anderen Spielen. Immer auf Ausdauer. Wenn du mehr Power hast, als der andere auf langen Zeit gewinnst du. Du kannst auch mehr Power in der kurzen Zeit rausballern, als der andere. Das ist nur ein Vorteil. Gib ihm. Boah, dieser Schaden. Ich wünsche euch auch so viel. Harte Fights, Junge. Auch keine unendliche Runden. Solange bis einer fällt. Wunderschön. Aber er verbraucht keine Ausdauer. Widerlich. Okay. Gib ihm. Nee, Junge. Das ist so busted. Der Boost ist so broken. Es hat sich so gelohnt zu laden. Das ist zu stark. 25 Leben einfach so. Der Junge, der hat so viel höhere Stats und ist, aber trotzdem nicht gut genug. Okay. Nur 5 Runden. Minus 12 mit 16 plus 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 plus. Nummer 9. Bin ich jetzt nutzlos. Herzlichen Glückwunsch, dein Start ist jetzt unterdurchschnittlich. Dank meinen Menschen werde ich eines Tages ganz bestimmt durchschnitt. Apropos, du hast wirklich ein überdurchschnittliches Wartungsbedürfnis. Hast du gehört? Ein überdurchschnittlicher hoher Befamid. Er meint, du bist zu anstrengend, aber das kann ich ändern. Verbinde mich für den Fernzug auf die Werkstatt mit dem Internet. Einen unbekannten künstlichen Intelligenzzugang zum Internetgewehren? Klingt voll in Ordnung. Das war gerade ein Easter Egg für Skynet. Gut, benutzt einfach den Sicherungskasten im Turm. Das ist so geil. Skynet Easter Egg, geil. Im Tower. Tower, 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 Tower. Meint er damit? Draußen wahrscheinlich irgendwo, ne? Meint er den hier? Oder Uncle Barry? Das sehe ich gerade nicht ein. Wohin? Ich gehe mal kurz zum Turm. Mal gucken, was passiert. Ich rede nochmal mit diesem komischen Typen hier. Ist irgendwas Neues? Hau ab. Okay, sorry, sorry, sorry. Hier ist was. Das muss er sich ums Kasten sein, von dem die KI mir erzählt hat. Wird die KI zum Würfel? Das wär's. Was machst du denn da drüben? Sicherheitsdienst? Oh, verflixt. Ich werde das jetzt nur einmal sagen. Casino Royale, die besten Sportbetten. Was? Tut mir leid, meine Mutter kann Glücksspiele nicht ausstehen. Was, das war nicht ich. Das war der Aussprecher. Bei dem, was ich dir jetzt sage, geht es um Leben und Tod. Hör genau zu. War nur, das Wetter ist gewöhnlich. Ich habe überhaupt nichts bemerkt. Zurück habe ich mein Regenschirm auch zu Hause gelassen. Hör mal, ich muss das Ding nur in das Ding stecken. Du hast keine Ahnung, was du da tust. Ich habe es dir gerade gesagt, ich stecke das Ding in das Ding. Wenn es sein muss, stelle dich zum Kampf. Also, wenn du bestehst, weißt du was? Ich komme später auf die anderen zurück. Die Frage ist, wie stark ist er? Ich habe das eine noch nicht gemacht. Also muss man auch selber kämpfen. Gegen einen Roboter. Problem ist, ich habe keine Energie. Das ist schlecht. Weil ich brauche das alles eigentlich. Na gut, dann müssen wir auf den normalen Steal zurückgreifen. Einen ohne Energie. Einen ohne Energie. Pass auf. Dann, ähm... Hier kostet der eine. Stell doppelt so viel Energie wieder her, als wenn du deinen Angriff einfach auslässt. Geil. Wir müssen so einen kämpfen. 17 Energie kosten, 11 Schaden. Dann nehme ich lieber das hier vielleicht. Wobei, erste Runde gehen wir voll in. Haben echt keinen normalen, der ohne das hat. Ich gucke nochmal. Ne, leider nicht. Also muss man doch ein bisschen trainieren, könnte man sagen. Für die Effekte. Jetzt habe ich immer noch plus 5. Wo habe ich denn plus 5? Aha. Hier. Eine kleine Menge Gesundheit rauben. Ne, ne, ne. Der Gegner wendet deutlich mehr Energie auf, wenn du... Wenn ein Beinangriff geblockt wird. Ich habe auch nur Beine. Wie die chinesische Firewall. Alles klar. Seine Batterie. Ja, was ist das denn, Junge? Heavy. Okay, pass auf. Ähm... Die haben ja keinen anderen Block. Ohne Kosten. Also, müssen wir da bleiben. Lass mich frei, lass mich frei, lass mich frei. Ähm... Ja, wir nehmen erstmal den hier vielleicht. Weil wir machen gerade nur Beinangriffe. Und dann nehmen wir noch... Ich muss kurz gucken. Zwinge die Gegend Energie zu verschwenden, um auf die... Auf die ständigen in den Flugbahn der Schläge zu reagieren. Oh. Nee, das wollen wir nicht. Das nicht. Schläge nicht so sehr. Das kann nur hilfreich sein. Warte mal. Der geht auf die Beine, ne? Also, sieht so aus. Die Ausweichschance tue ich sowieso nicht. Sehr gut, Junge. Ähm... Das sollte mir nicht zu sehr verschwenden, aber ich gucke mal kurz. Warte. Erfolglos war. Weißt du was? Wir nehmen das mal. Weil ich will das leveln. Gibt ja wenig Möglichkeiten, sowas hinzukriegen. Und gib ihm. Was ist das nochmal? Das ist ein bisschen schlecht. Fallensteller ist nicht gut. Wir müssen auf Folterknecht. Das ist mein Stil. Dann müssen wir wieder das alles nehmen. Das müssen wir auch wiederum ändern. So. Atemblock. Da habe ich mich ein bisschen vertan. Mein Fehler. Normal, normal, normal. Der muss weg zu dem hier. Und der muss zu dem hier. Jetzt bin ich zufrieden. Weil hier kann er keine Ausdauer wiederherstellen. So, krieg doppelten Schaden. Höre die Ausdauer, desto mehr effektiv ist ein Block. Und Energie wiederherstellung. Easy, Junge. Gib ihm. Boah, Alter, Junge. Gib ihm. Wir sind so strong. Alter, Schede. Beinahe Full Endgame. Heilige Mutter. Das war gerade mal eine Runde. Okay, pass auf. Hier gehen wir auf den hier. Ein oder zwei. Machen wir mal noch einen. Und dann Gib ihm. Zack, schöne Energie, Wiedergewinnung und easy. Ja, und hervor geil, dass wir auch kämpfen müssen. Das finde ich gut. Nicht nur Roboter, sondern wir müssen auch anpacken. Nice. Das Ding in das Ding stecken. Los. Good job. Willkommen im Internet. Gut gemacht. Ich schaue mich da mal um. So viele neue Möglichkeiten. Skynet, er kommt. Oder es kommt. Sie kommt. Je nachdem. Ich glaube es. So, haben wir denn irgendwas Neues hier? Gehen wir kurz hier hin. Nee. Reparatur können wir machen. Zack, zack. So, ich glaube nicht mal eine Sekunde ist begangen. Hast du mich vermisst? Natürlich hast du das. Wer sonst könnte dir was von neuem mit Multipass-Tab erzählen? Hui, da ist er ja endlich. Damit kannst du deinen Roboter aus der Ferne steuern. Ist das nicht benutzerfreundlich? Ja. Du kannst auch deinen Rang in der Liga sehen, aber für mich bist du immer die Nummer 1. Jetzt lass uns über das gute Zeug reden. Das hier ist zum Aufladen des Roboters. Das hier schickt ihn an die Arbeit, ohne weitere Fragen zu stellen. Der Traum eines jeden Managers. Ohne Scheiß. So ist es in Real Life auch so. Mann, ist nur eine Nummer. Das hier ist fürs Training. Sollst du ihn aber hart rannehmen. Nur um ihn auf Trab zu halten. Das hier ist fürs Training. Das hatten wir schon. Hier kannst du sehen, wie viel der Kain du in deiner Speisekammer hast. Ja, noch haben wir ein bisschen. Du musst es aber nicht benutzen, falls du eine allergie gegen Speisekammer hast oder so. Adios. The fuck. Alles klar. Wie schalte ich das hier frei? Geht noch nicht, ne? Dann. 22 Stück zeigt er mir an. Wir haben aber noch kein Level. Also müssen wir weitermachen. Ich glaube, wir fangen erst mal... Was ist das hier? Nach einem Ausweichen zurückzukommen. Überspringen einen Zug um Energie zu regenerieren. Das brauche ich. Dafür muss ich Stufe 5 kämpfen und Ausdauer haben. Oh. Oh. Und was mit Bulldozer? Achso, verringert die Ausweichschutz. Ja, das ist auch nicht schlecht. Fireball. Das fürs Blocken. Weitspringen. Haubebe. Raubinitiative und Kiebem Schaden. Das ging auch cool. Oh, auch cool. Passive Perks. Ja, wir müssen auf jeden Fall ballern. So, mal gucken Das wirkt soweit weiterhin Genau, nicht eine Sekunde ist vergangen Da bin ich ja froh Dann Gehen wir mal hier hin Wenn ich da aufklicke, automatisch dann Oh, das ist gut Das ist benutzerfreundlich, definitiv, das gefällt mir So, die Buffs sind hier natürlich ein bisschen below So, da kann ich ihn trainieren lassen Der hat auch irgendwoher schon was bekommen Wahrscheinlich vom Fighten oder so Eine Stunde 45 muss er kämpfen Okay Und dafür müssen wir Kann ich noch mehr machen? Ne, nur eins Wait, 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 wir haben noch das eine noch drin, oder? Genau das hier Das ist, wir müssen vielleicht das auch umändern Wenn es länger dauert Dauert das länger? Jetzt habe ich nicht drauf geachtet Identisch Wir müssen gucken, wie viel das sein wird, wenn alle auf der gleichen Stufe sind Aber so weit ist es noch in Ordnung Genau So, wo ist er jetzt überhaupt hin? Der ist ja gar nicht mehr da Irgendwo hin auf jeden Fall trainieren Joa, hier müssen wir ordentlich trainieren Okay Ach, hier ist er, genau wie ich meinte Das ist gut Das heißt, ich könnte mich einfach hinsetzen Baulenzen So lange trainiert er Alles klar Okay, also wir müssen trotzdem noch weiterhin arbeiten gehen Für Geld verdienen Und natürlich wegen der Story Weil wir sind ja im festen Punkt angekommen Damit Gott sei Dank das alle noch funktionieren Das heißt, weiterhin so spielen Und ich würde sagen, das ist ein guter Stopp hier Also, wenn euch das Video gefallen hat Lasst ein Like, Abo, Kommentar da Und wie immer, bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal